Ist es nicht ein Wunder, wie wenig den meisten Menschen zustößt, wenn man bedenkt, wie lange sie leben? Und bei ein paar anderen drängt sich alles Unglück in einem einzigen Schicksal zusammen. Wir haben alle unser spartes Ziel, aber wir wollen da nicht rein, weil wir wissen, dass das Football da drin ist. Es war eine Panikattack. Woher wollen Sie das wissen? Vielleicht, weil Sie sich kennen. Weißt du, was das Traurige ist, wenn jemand verschwindet? Wo Meerboote verschluckt ist, von einem Tag auf den anderen. Dass man sich nicht verabschieden kann. Wofür hast du denn solche Angst? Sag es mir, Bella. Wenn das so wäre, müsstest du dann Angst haben vor mir. Aber nun dann, wenn ich der Mörder wäre, dann musstest du vor mir Angst haben. Hast du Angst vor mir? Nein. Ich habe keine Angst vor sie. Nein. Wenn dies der letzte Abend wäre, den du und ich miteinander verbringen. Was würdest du dann tun? Wenn ich wusste, dass es der letzte Abend ist, würde ich dies küssen. Ich wollte, er wäre es. Du willst gar nicht alleine sein. Du willst, dass jemand beider ist und einen Dämonen verjagt. Ich wollte, alles wäre vorbei. Aber es ist nicht vorbei. Und jetzt nimmst du wieder. Würdest du mich nehmen? Wenn ich wüsste, dass du unschuldig bist. Das wirst du nie wissen. Du musst es glauben. daqui muerte. Du bist, du bist, du bist. Vielen Dank.